Jetzt löchtet's rot. Jetzt haben wir Figurklasse. Jetzt werden die Damen immer muskulöser. Wen haben wir hier neben mir? Hi, ich bin die Franzi Donath. Auf Instagram Franzi Fitnessfigurathletin. Und wie der Titel schon sagt, starte ich in der Figurklasse. Ich bin die Lena, Lena Ettesam. Man findet mich auch so unter Instagram. Und genau, ich starte auch Fitnessfigur1 und bin bayerische Meisterin geworden. Und ich bin die Susanna, Susanna Jaskula. Auf Instagram findet mich man unter susanna77. Und mein größter Titel war auf die deutsche dritte Platz. Okay, wie hast du dich qualifiziert? Bayerische Vizemeisterin und im Paar sind wir bayerischer Meister geworden. Ja, das weiß ich natürlich, aber das wollte ich dir natürlich selbst überlassen. Wie sieht's aus, Mädels? Was geht heute noch ab? Heute wird noch Farbe gemacht? Farbe, Laden. Bei mir auch nochmal. Einmal Farbe, ein bisschen was essen darf ich auch noch. Genau. Okay, dann machen wir noch ein paar Bilder und dann schauen wir euch mal aus der Nähe an. Dankeschön. Danke. Noch ein Stück weiter. Geht alle drei nebeneinander. Sieht man die Füße? Das sieht überhaupt aus. Also dann wird jetzt ein cooles Schuh. Schau mal, wie schnell die ist. Warte, 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 jetzt kommt sie schon. Schau mal, schnell. Die Zeit musst du jetzt nehmen. Wirst du jetzt mitspüren, oder? Ja, stell dir auf die Zehenspitzen. Ist egal. Jetzt. Super. Das ist Freestyle. Einfach Freestyle. Und? Und? Wirklich an den. Das ist wie der Hetz wird jetzt in der Menkphysik gestanden. Okay. Okay. Vielen Dank. Sehr schön.